Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu New World. Einige hatten sich gewünscht, ey Lu, macht doch mal zur Open Beta von New World der Konsolenversion ein kleines Fazit. Das hatte ich zwar in meinem letzten Video schon so ein bisschen angesprochen, aber ich hatte jetzt noch nicht final meine Meinung dazu abgegeben. Deswegen werde ich hier mal meine ganzen positiven, aber auch die Menge an negativen Punkten etwas näher beleuchten und am Ende dann Fazit ziehen, ob ich euch empfehlen würde, ob ihr euch das Game holen soll für die Konsole oder nicht. Auch gemessen daran, dass das Ding natürlich 60 Euro kostet auf der Konsole. Als allererstes können wir direkt mal positiv hervorheben, es gibt richtig, richtig viele Charaktergruppen, Charakterklassen am Anfang. Ich habe ja mich am Anfang für den Bogenschützen entschieden, aber es gibt glaube ich 5, 6 oder 7 unterschiedliche Klassen und das finde ich richtig, richtig gut. 4, 7 Stück gibt es und alle spielen sich auch relativ unterschiedlich. Das liegt einerseits natürlich an den verschiedenen Attributen, aber vor allen Dingen auch an der Menge an unterschiedlichen Waffen. Es gibt ganz normale Nahkampfwaffen, es gibt Fernkampfwaffen, es gibt Musketen und diese Donnerbüchsen, es gibt Magier und und und. Das finde ich richtig cool, dass es hier gerade zu Beginn eigentlich alle möglichen unterschiedlichen Klassen gibt. Man hätte sich hier, das habe ich am Anfang auch ein bisschen übersehen, sofort den Musketier nehmen können, der sofort die Muskete hat und den Rapier. Ich hatte mich ja leider auch für den Jäger entschieden. Also man kann hier sofort von Anfang an auf die Muskete gehen, was ja in meinem Beta-Gameplay so das Beste war, was ich gesehen und gespielt habe. Was ich auch richtig cool finde, ist der allgemeine Look vom Spiel. Ich finde die Welten sind echt gut gestaltet und richtig pickepacke voll mit Sehenswürdigkeiten. Es gibt eigentlich, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, nicht ein Bereich, wo ich gesagt habe, oh hier sieht es aber irgendwie langweilig aus. Fürs Auge ist es richtig, richtig schön und auch die Synchro, komplett auf Deutsch, finde ich richtig gut. Das gilt aber eigentlich für alle Sounds und für alle Musik und für alle Töne. Alles, was Auge und Ohren ist richtig, richtig gut. Das Einzige, was kleine Abstriche macht, finde ich, sind die Charaktermodelle. Ich finde, das könnte tatsächlich alles, was ihr hier gerade am Charakter selber seht oder auch bei den anderen Charaktern, das könnte meiner Meinung nach ein wenig schöner sein. Das sieht man vor allen Dingen in Cutscenes mit anderen NPCs. Da, finde ich, hätte ruhig eine kleine Schippe draufgepackt werden können, gerade für die PlayStation 5. Die kann auf jeden Fall mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, weil ich weiß, im Endgame gibt es Schlachten 50 gegen 50 Leute, dass man die Charaktermodelle relativ schlechter ausgestaltet hat, als jetzt zum Beispiel der Baum oder das Haus oder der Boden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, es wird bestimmt seine Gründe haben, aber ich hätte mir gewünscht, dass zumindest, also dass die Charaktermodelle ein wenig schöner anzusehen sind. Was ich auch extrem geil finde, sind die vielen unterschiedlichen Waffentypen. Ich finde, da könnten ruhig noch 1, 2, 3, 4, 5 Typen mehr sein, aber gerade für den Start sind das wirklich sehr viele. Ihr habt 4 Einhändige, 4 Zweihändige, 3 Fernkämpfe und 4 magische Waffen und die spielen sich auch alle unterschiedlich. Also ich habe natürlich nur Fernkampf und ein wenig zweihändig reingeschaut, aber ich habe ja gesehen, was die anderen so gespielt haben und das sah schon sehr unterschiedlich aus. Es gibt Flammenwerfer, es gibt mega Fernkampf auch beim Magier, die Nahkämpfer, die hauen richtig gut rein. Ich habe auch auf den Chat gehört, dass es da viele Tanks gibt. Also ich fand die Variety an Waffen sehr, sehr cool und damit einhergehend auch das Levelsystem der Waffen. Da wird es später auch noch einen kleinen Negativpunkt geben, aber es ist auf jeden Fall positiv, dass man die Waffenklassen an sich leveln kann. Ihr seht hier, maximales Level einer Waffe ist 20, das heißt man muss sich ein wenig entscheiden, wie man die Waffen levelt. Das gilt sowohl für den Bogen als auch für die Moskete, das gilt für alles. Also überall müsst ihr euch so ein bisschen entscheiden, wo haue ich denn die 20 Level rein und könnt so ein bisschen schauen, wie baue ich denn den Bild. Aber das fand ich sehr cool, dass es sowohl Waffenleveln gab als auch Charakterlevel, weil auch beim Charakter gibt es fünf unterschiedliche Typen, die ihr leveln könnt. Und bei mir geschickt für den Fernkampf, da seht ihr auch immer was damit skaliert oder halt Intelligenz, Konzentration und Stärke und da nochmal Konstitution für euer Leben. Und auch bei jedem gibt es solche Zwischenpunkte, wo ihr nochmal zusätzlich einen Bonus bekommt. Also das ganze Grinding, was das Level angeht, Stufenbelohnung gibt es hier auch nochmal. Das heißt, wenn ihr bestimmte Meilensteine hier erreicht, kriegt ihr auch nochmal was zusätzlich. Also dieses ganze Levelsystem finde ich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Allgemein finde ich es sehr, sehr crazy, dass hier alles irgendwie belohnend sich anfühlt. Also egal was ihr macht, egal ob ihr jetzt hier so einen Strauch abbaut oder ob ihr einen Baum abbaut, und alles fühlt sich irgendwie belohnt an, weil ihr für alles, was ihr macht, Loot bekommt, Erfahrung bekommt. Ich bin zwar jetzt hier in der Beta auf Level 30, was das Maximallevel ist, aber normalerweise würde das auch sehr viel länger dauern, bis man das Maximallevel erreicht hat. Also ich finde es sehr cool, dass man für alles, was man tut, irgendwie Erfahrung bekommt und es sich immer so anfühlt, als würdet ihr nichts umsonst machen sollen. Wann immer habt ihr irgendwie, dass hier was aufploppt, ihr levelt und kriegt irgendwie Erfahrung. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann der letzte Punkt, den ich sehr cool finde, ist einerseits die extreme Menge an Missionen, die ihr habt und die extrem große Weltkarte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für das, was das Spiel ist, ist die Karte tatsächlich sogar fast zu groß. Also eigentlich bräuchtet ihr für das Gameplay des Spiels gar nicht so eine riesige Karte. Meiner Meinung nach, zumindest weil das, was ich bisher gesehen habe, aber ihr habt hier so eine riesige Karte zu erforschen, Gegner zu plätten, Sachen zu sammeln, zu looten. Das ist schon wirklich sehr, sehr crazy. Und rein an Content, den ihr hier bekommt, beziehungsweise von dem, was ihr sehen könnt, lohnt sich das Spiel allemal doppelt und dreifach, auch weil ihr so viele Stunden alleine braucht, um das maximale Level zu erreichen und die ganze Karte zu erforschen und alle Missionen zu machen. Wenn es nur diese drei Aspekte gäbe, würde sich das Game auf jeden Fall zu 1000% lohnen. Dann gibt es noch zwei, drei Sachen, die jetzt weder positiv noch negativ sind. Es gibt verschiedene Gruppen, sage ich mal, denen ihr euch anschließen könnt. Die haben diese verschiedenen Farben hier und Zeichen. Und diese Gruppen sind auch für den ganzen Server. Das bedeutet, alle Spieler, die auf dem Server sind, werden sich für diese einzelnen Gruppen entscheiden. Und diese Gruppen werden dann auch gegeneinander kämpfen im PvP. Und das soll wohl auch im Endgame ein großes Thema sein. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einem Server seid, der jetzt grundsätzlich der lila Gruppe angehört, der ich auch angehöre, kann es sein, dass wenn ihr dann blau nehmt, später irgendwelche Nachteile habt. Ob man diese Gruppen später noch tauschen kann oder nicht, das weiß ich nicht. Das werden bestimmt die Leute in den Kommentaren uns mitteilen. Aber es kann gut möglich sein, dass ihr sagt, ey, ich finde blau die Gruppe aber ganz cool und will das eigentlich leveln. Aber der Server ist komplett auf lila. Und ihr seid dann so ein bisschen gezwungen, entweder zu lila zu gehen oder diese Übermacht entgegenzustellen. Das habe ich alles noch nicht gesehen, weil das sehr Endgame ist. Und ich habe natürlich erst zehn Stunden in der Beta drin gehabt und bin auch nur auf Level 30, weil es nicht weiter in der Beta geht. Aber ich habe aus dem Chat gehört, dass das so ein kleines Problem sein könnte. Und es gibt noch hier solche Aktivitäten. Die habe ich auch nur angerissen. PvE-Aktivitäten und PvP-Aktivitäten. In der Arena war ich drin. Da habe ich schon gehört, dass dort die Fernkämpfer komplett OP sein sollen, weil man auf der Konsolen-Version anlocken kann, wie bei einem Souls-Game. Das heißt, da haben die Fernkämpfer natürlich einen extremen Vorteil. Und diese PvE-Dinge habe ich nur die Expedition gemacht. Und die sorgt halt dafür, dass ihr looten könnt in so einem Dungeon, wo ihr reingeht. Das dauert so zehn Minuten. Ihr kriegt viel Loot raus. Also so, wie man es grundsätzlich auch kennt. Das ist hier alles unterteilt in verschiedenen Leveln. Ist aber auch nicht so der Rede wert, würde ich sagen. Ja, und dann kommen wir zum riesen Pulk an negativen Dingen. Weil da habe ich leider echt viele Sachen, was auch für mich dann bedeutet, dass ich das Game nicht kaufen werde und dann auch nicht weiter spielen werde. Das ist vor allem voran erstmal hier die Abbaugeschwindigkeit. Ich habe schon öfters gehört, dass im späteren Verlauf des Spiels man bessere Materialien bzw. besseres Werkzeug bekommt, womit das alles sehr viel schneller geht. Aber es gibt auch Kisten. Und insgesamt ist es ja immer noch so, dass du für alles eine Animation hast und bei allem irgendwie eine Sammelanimation hast. Und es ist nicht so, dass du klickst und du hast es. Klickst und du hast es. Oder sogar einfach nur drüberläufst und du hast es. Du musst jede Kiste aufmachen. Und jedes Mal hast du diese Ratterei. Und ich habe von verschiedenen Leuten aus dem Chat gehört, dass sie dort Stunden, Tage und Wochen drin verbracht haben in dieser Animation. Und auch wenn es später besser wird, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das für mich echt ein No-Go ist. Darüber hinaus, das ganze System, wie man sich fortbewegt. Natürlich kann man sich von A nach B hin und her porten. Diese Schnellreisepunkte gibt es überall. Aber die muss man auch erstmal aktivieren. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich bin jetzt hier irgendwo und sage, ich will mich jetzt hier oben hin teleportieren. Da muss man erstmal zu Fuß hinreisen. Und auch wenn man jetzt hier, sagen wir mal genau hier in der Mitte ist, kann man nicht einfach von hier aus sich sofort dorthin reisen lassen. Sondern man muss immer von einem Punkt zum anderen Punkt sprengen. Oder in eine Stadt, das geht immer hinreisen und dann zu so einem Punkt. Und, da habe ich echt ein Riesenthema. Das hier ist die maximale Laufgeschwindigkeit. Es gibt keinen Schnelllaufknopf. Ihr könnt nicht schnell laufen. Ihr kriegt auf Level 20 die Möglichkeit, hier so ein Pferd zu holen. Aber auch, meiner Meinung nach, ist auch die Pferdegeschwindigkeit zu langsam. Ihr bekommt auf einer Straße einen 10% Geschwindigkeitsboost. Das heißt, es macht schon Sinn, auf einer Straße zu laufen. Aber wenn ihr mich fragt, ist die Reisegeschwindigkeit immer noch zu langsam. Diese blaue Leiste, die ihr hier seht, das ist auch die Ausdauer, die sich beim Pferd immer wieder auffüllt. Und er auffüllen muss, um dann zu reisen. Und ich verstehe nicht, es macht für mich irgendwie spielerisch keinen Sinn, dass sie einen diese Reisegeschwindigkeit so extrem einschränken. Weil in Kämpfen könnt ihr das Pferd sowieso nicht rufen. Und ihr könnt eh nicht schnell laufen. Wieso kann ich mit dem Pferd nicht einfach immer schnell laufen und dann auch noch sehr viel schneller laufen? Es gibt später die Möglichkeit, das auch noch ein bisschen schneller zu machen und auch noch andere Reittiere. Aber ich kann nur das beurteilen, was ich hier habe. Und in dem Modus, wo ich gerade bin, mit dem Pferd hier, ist es unfassbar nervig, von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und wenn ihr später, wenn ihr das Spiel selber spielt, werdet ihr merken, in diesen ganzen Missionen, kann ich direkt einen Punkt zu den Missionen machen, eine Überleitung zu den Missionen. In den Missionen ist es ganz oft das gleiche Schema. Lauf zu Punkt A und sammle was ein. Lauf zu Punkt B und töte irgendwas. Lauf zu Punkt C und bring es dorthin. Es ist immer Lauf von A nach B, Lauf von B nach C und das in dieser geringen Reisegeschwindigkeit oder noch schlimmer, bevor ihr ein Pferd habt, in dieser Reisegeschwindigkeit. Und es dauert wirklich Ewigkeiten, von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und das ist auch immer dasselbe Schema. Also ich habe nur 10 Stunden gespielt und es ist immer das Gleiche. Es ist immer sammle irgendwo was ein, immer töte irgendeinen Gegner irgendwo oder bring irgendwas irgendwo hin. Es ist nur hin und her gelatscht, und überhaupt keine Variety irgendwo in dieser Mission. Es gibt ganz, ganz selten mal so ein bisschen Parcours mäßig, dass man über bestimmte Steine hin und her springen muss. Aber das dauert auch nur ein paar Sekunden und dann geht es wieder darum, sammle A ein, sammle B ein, töte C oder sowas. Also die Missionen sind so ultra langweilig. Und auch wenn ich die Synchro extrem gut finde und auch die Cutscenes, muss ich sagen, habe ich ja auch keine Lust, hier eine Novella mir anzugucken oder irgendwie mir stundenlanges Gelaber anzuhören von Dingen, die einen sowieso nicht interessieren. Also hier ist so viel Cutscenen und Gelaber, was man später eigentlich nur noch überspringt, was eigentlich schade ist, weil die Synchro so gut ist, aber weil man so unfassbar viele Missionen hat und jeder, der eine Bulette an die Backe quatscht, ist es einfach irgendwann so boring, du ratterst die Missionen nur noch durch und ja, es ist echt exhausting und das schon nach 10 Stunden in der Beta. Und ich habe auch aus dem Chat gehört, das wird nicht besser, also das ist Copy-Paste. Also das, was ich hier in dem Bereich erlebt habe, das wird woanders auch nicht besser. Es ist immer das Gleiche, unfassbar viele Missionen und immer, immer, immer wieder das Gleiche Schema F. Ich habe zwar die Fähigkeiten der Waffen hervorgehoben als positives, es ist aber auch negativ, weil ich bin jetzt gerade in der Beta nach 10 Stunden und ihr seht, meine Muskete ist fast Max Level und da kommt dann auch nichts mehr. Jede Muskete, die ich jetzt bekomme, für immer, hat dieses Max Level. Das heißt, ihr levelt einmal einen Waffentyp hoch, das geht relativ zügig, das könnt ihr sogar auch ein bisschen farmen, auch relativ früh im Spiel und dann sind die für immer auf maximalen Level und ihr habt ja nichts mehr zu tun. Ihr könnt dann hier natürlich noch die Werte verändern und sagen, ey, ich will hier mal was Neues ausprobieren, aber ihr kriegt das relativ schnell auf maximales Level und habt dann die Muskete für immer auf diesem maximalen Level und das gilt halt für alles. Sagen wir mal, ihr fangt am Anfang mit einem Magier an, habt hier den Feuerstab und dann habt ihr den Feuerstab auf Level 20 und dann ist der auf Level 20, auch wenn ihr später heftigere Feuerstäbe bekommt. Ihr müsst diese Feuerstäbe nicht mehr einzeln leveln, ihr könnt diese einzelnen Feuerstäbe dann auch nicht irgendwie hochleveln beim Schmied oder sowas. Das geht ganz, ganz, ganz ganz am Ende im Endgame, dass ihr da ein bisschen was hin und her justiert, aber es ist jetzt nicht so wie in einem Souls Game, dass ihr eure Waffe verbessern könnt oder irgendwie nachjustieren könnt oder irgendwelche Attribute dort leveln könnt oder irgendwas verzaubern könnt. Die Waffen sind immer so, wie ihr sie kauft. Dann könnt ihr noch was reinsockeln, aber das ist echt sehr, sehr eng, was die Waffen angeht und die Fähigkeiten und es gibt da echt wenig Variety am Ende und das merke ich auch jetzt schon im Midgame. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Punkt, Leute, und der ist, glaube ich, das ist nichtmals der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, sondern der Wasserfall, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es gibt unterschiedliche Server. Das ist bei einem MMO jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es verschiedene Server gibt, weil viele Spieler müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Aber euer Charakter, den, den ich auch hier gerade habe, der wird gespeichert auf einem Server. Und wenn ihr auf Server A seid und euer Freund auf Server B, könnt ihr nicht zusammen spielen. Stell dir also vor, das war auch jetzt bei der Beta bei mir so, ich bin auf Beta 02 gewesen, ein Kollege aus dem Chat war auf Beta 04. Wir konnten nicht zusammen spielen, ohne dass man am Anfang auch irgendwie ein Server hätte auswählen können und sich absprechen könnte. Aber auch unabhängig davon, selbst wenn es gehen würde, sagen wir mal, ich bin auf Server 2 und ich lerne morgen einen neuen Kollegen kennen oder irgendjemand im Internet oder man verabredet sich zum Spielen. Ja, und der andere Kollege ist aber auf Server B. Ihr könnt nicht zusammenspielen. Das Einzige, was geht, ist irgendwie ein Serverwechsel. Das ist aber auch nicht umsonst und geht auch nicht immer. Und wenn ich von Server A weggehe, verlasse ich ja alle meine Kollegen auf Server A und dann auf Server B mit dem anderen Kollegen zu spielen. Es ist, also das ist für mich wirklich das absolute Totschlager-Moment. Wenn man sagt, ey, alles andere ist cool, ihr könnt in einem MMO doch nicht machen, dass der Charakter gespeichert wird auf einem bestimmten Server und du darauf geforst bist. Das ist so unfassbar schlecht. Und wenn man jetzt sagen würde, ey, es gibt einen Server für Europa oder einen Server für Deutschland, dann kann ich es nochmal nachvollziehen. Aber nein, es gibt für eine Region mehrere Server. Also das ist so unfassbar schlecht gelöst. Und auch schon in der Beta gab es verschiedene Server. Wie gesagt, ich war auf Server 2, jemand aus dem Chat war in Server 4 und wir konnten nicht zusammen zocken. Wir konnten uns nicht mal zur Freundschaftsabfrage schicken. Es war wirklich sehr, sehr schlecht. Dazu kommt natürlich der ganze Online-Zwang und MMO-Zwang. Und ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, dass Leute auf der PC-Version noch sehr viele andere Negativbeispiele habt. Und ihr merkt schon, mein allgemeines Gefühl ist eher sehr negativ. Und ich würde euch eigentlich eher davon abraten, hier 60 Euro rein zu investieren und hier rein zu zocken. Wenn es irgendwann mal im Angebot ist, ey, dann würde ich sagen, schlagt zu, schaut mal ein bisschen rein. Ihr habt bestimmt 10, 20, 30, 40, 50, vielleicht sogar hunderte Stunden Spaß hier drin. Aber es wird irgendwann auch der Punkt kommen, wo ihr sagt, ey, das ganze System macht mir keinen Bock mehr. Ich habe hier echt viel gesehen und ja, ihr geht dann zum nächsten Spiel. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier ein endloses Spiel ist, wie es vielleicht ein Diablo zum Beispiel ist. Das klingt jetzt natürlich unfassbar negativ, soll es aber gar nicht sein. Ich habe insgesamt so eine 7 von 10, würde ich dem Spiel geben, weil es auch wirklich positive Aspekte hat. Das Gameplay macht echt Spaß, wenn viele Gegner da sind. Der MMO-Aspekt ist eigentlich auch echt ganz cool und es sieht auch echt gut aus. Aber es sind einfach so viele Sachen, die negativ sind, dass ich echt erstmal raten würde, wartet ab, wartet, dass es vielleicht ein Angebot ist, weil 60 Euro für ein 3 Jahre altes Game, was so viele Baustellen hat, da wäre ich vielleicht erstmal vorsichtig. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare für alle, die auf dem PC schon gespielt haben oder vielleicht auch in der Beta mit dabei wart. Vielleicht habt ihr da nochmal ein paar andere Ansichten. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen, über ein Follow auf den Kanal und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.